Willkommen wieder beim Let's Play Paladins. Wir hatten vorhin ja Probleme gehabt. Deswegen mussten wir wieder ne neue Aufnahme machen. Und hier sind natürlich nur noch Badde-Buy und Chatty-Buy. Forskin ist nicht da, er muss seine Vorausschruppen. Gut, dass er sich das wahrscheinlich niemals anschauen wird. Ein Haarschleister. Ja, ja. Am nächsten Tag, ich gebe dir deine Vorhaut. Ich tue mir selbst vorhaut in den Mixer. Er ist ein Striche, der kleine Wichser. Entschuldigung. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, ne, dann verstehe ich, Paladin sehe ich nicht mehr. Wir waren doch alle so gut dabei. Ja, und es müsste schon mittlerweile der 34. Part sein. Wir können jetzt nicht aufhören. Das Let's Play kann doch noch weiter gehen und es soll jetzt nicht so enden. Das geht nicht. Ne, ich nicht. Auch wenn keiner mehr Bock auf das Video zuhörer war. Hast du halt die Stimme auf Teilen gemacht, Manu? Ja, natürlich. Okay, gut. Ich wusste das nochmal wissen. Aber hast du schon recht, auch wenn sich keine Sau bei diesen Scheiß reinziehen tut, wahrscheinlich. Aufflor könnte man so wenig nicht inwatchieren. Scheiße, alsoции ça雪. Ich finde das extrem ideal. Das ist ja auch so voll. Wir sind ja auch dabei vonぁ und dass man hier weiter tehd p sings. Aber dann ist das okay. Das ist ja auch von allenjänst, die ich nicht noch aufhören. Wenn dann sage ich mal irgendwann. Weltraumo platze. Das ist ja nicht so. Das mache ich mir jetzt mit dem Podival the way hell. Also du lass dafür kind etc seine resultados Court wird sagen. Ölunde bevorsteig. Wo ich weiße nurapon Kn nin塔 keywords ja auch nicht Aber wie geil die Meisten jetzt auf einmal aussehen, dass das Bild ist. Stimmt schon, endlich! Oh mein Gott! Let's go! Es geht jetzt gleich los! Genau, deswegen guckst du die Leute das nicht mehr an. Genau. So zwei Spasten einfach, die allein schon beim Hauptbildschirm einfach so sagen wie Es geht gleich los! Da geht's nicht los! Oh nein! Es geht nicht los! Scheiße! Es geht jetzt gleich los! Oh mein Gott! Und jetzt geht's gleich wieder nicht los! Es geht 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 nicht los! Genau, und das war es bei der Aufnahme. Wie bei der Aufnahme? Wo du gesagt hast, ja wir testen erstmal aus und dann kommt... Ach stimmt. Bei welcher war das eigentlich? Ah stimmt, das war wo wir das erste Mal ein Video gemacht haben für Youtube. Captain Mushi oder sowas. Ja, und da vor allem beim ersten One Piece Pass, wo ich wieder angefangen habe Let's Plays zu machen... Erstmal eine Testaufnahme gemacht, ob auch alles funktioniert und das erste was ich sage, war eine Testaufnahme... M-M-Mame! Das ist so geil! Oh mein Gott, ist das anstrengend. anstrengend. Das hat doch nicht mal wirklich richtig angefangen und wir sind schon gar nichts mehr klar. Oh mein Gott. M-M-M-M! Das ist so geil. Alter. Ich nenne den Papa natürlich. Was? Bei mir auch schon wieder schwule Geräusche. Oh nein. Das ist echt nicht wahr. M-M-M! Es muss aber, das muss alles funktionieren, weil dieser Part muss einfach hochgeladen werden. Sag mal, was haben denn die Macher da verschissen bei Paradies? Echt so. Irgendwie ist das Spiel voll behindert geworden. Ist halt hier drin oder? Nein. Das ist bestimmt noch beim Ladebildschirm. Aber ich hör halt schon die Musik, glaube ich, von dem Spiel. Ach, keine Ahnung, Mann. Moment. Hä? Ich denke, die ganze Zeit irgendwas, als wenn jemand seinen Penis auf den Tisch klatscht. Die ganze Zeit hört sich das an. Ganz auf. Foto Light! Oh, warum? Okay. Äh, ich check's nicht. Oh, der Paladin soll mal aufhören, seinen Penis auf den Tisch zu klatschen. Ich schwöre, wenn's so weitergekaufen ins Overwatch. Paladin, sie ist auf Crack. Äh. Hä? Check. Die macht es in dem Studio und kifft nicht, dass man die Birne trinkt. Äh, nein. Es muss alles backen hier. Nur dann ist dein Spiel gut. Äh, ja. Was sagst du dazu, Teamleiter? Äh, Uh, M-m-m, W ahhhłaaaaaaaaaaaaaaaahhh. F u hu 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 hu. 72% der Romala, die Strophäen haben. Wie, 12 Strophäen? Bei mir wurden angezeigt 72 Strophäen, der Romala sie hatten. Als... als ob. Guck, das sind schon so zugedröhnt. Haben die ganzen Trofäne rausgemacht. Und die Welt... Einfach so... Die Welt, der weiß, wie's geht. Ohne Scheiß, ich werde den Part einfach märmer nennen. Oh mein Gott. Ich hab' das so hart zugedröhnt. Ich hab' das so hart zugedröhnt. Büros machen. Ich schwitz' grad voll. Ich hab' das so hart zugedröhnt. Oh Gott ey. Das wird nicht schlecht, dass sie aus Paralyzen... Der steht ganz groß auf dem Bildschirm... Mh 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 mh. Das ist so feil. Äh, Alter, dieser Killer, der hat doch auch fast, was wir im Spiel wieder... Wie du bist schon... Ha? Bist schon drin, oder? Weißt ich? Ja. ich bin auch schon im game drin ich muss ja ich sagen mit bomben kann ich nicht umgehen das spiel eigentlich einen totalen hängen anfang wahrscheinlich oh mein gott was aus perrins geworden information geistiges einkommen ich hab ihn von beiden noch geholt scharra verpässt ich ne ich weiß doch nicht auf update gewesen ja neueste version habe ich doch ich kann nicht glauben die muß von bomping alter sind ja richtig behindert du bist doch süß bomping aber irgendwie wo auch wo es gut die märkte die märkte oder weniger und folgen Ich habe nicht mal ein kill gemacht ich check irgendwie Baumking nicht Okay jetzt habe ich auch mal ein kill gemacht cool Ja was was hast du gesagt Ja ich habe es nicht verstanden weil das Spiel gerade so laut ist Dann bin ich mal ein neuer Ach so ja okay Verstehst du mich? Ja das habe ich dich verstanden Du mich verstehe ja Nein ich verstehe ja nichts Ich verstehe ja nichts Deutsch Oh Hä? Ja der lädt ja eskalation schnell nach Nicht ne? Ja ich weiß schon was du meinst Doch Ich meinte zu ernst Alter was war das jetzt? Komm mal hin Guck mal wie schnell er bei dir nach wäre Fertig Okay Baum hat er irgendwie viel länger gebraucht Keinen Plan Es liegt daran dass ich linke Hände habe Naja Ich schwöre danach nämlich wieder Victor das sag ich dir jetzt schon Ich dachte ja runter geh ich pennen Echt? Ja Ich bin ich Ha? Ich bin ich mir nicht Witzigerweise wie sie stehen wir waren will dann schießen sterb ich auch mal ins und sofort Nein Nein Da bin ich nur noch gezogen aber jetzt auch nicht Jetzt tut er sich wieder ein bisschen Echt 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 Gern du fix mich doch auch jetzt Echt 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 Das war Es war im gameja die musik ist auch voll geil ja so was ist richtig geil ich check zwar ohne scheiß nicht was ich teilweise mache aber jetzt funktioniert ja ich bin bei dir volles leben wie wir in eskalation schönes wochenende höhle sonder ja theoretisch ein bisschen länger unter der woche aus ja also ich dachte ich was das unter der woche die zeit einfach die runde war für mich halt dezent beschützt ich habe glaube ich klang wie viel kurz habe ich gemacht 34 mit bob ging geht es gar nicht klar ich habe einhundert gemacht Junge das ist genauso wie beim Monster Hunter einmal äh wie viel Schal hast du jetzt gegeben äh eine Million das war zu geil ich so alter was ich habe übens ein Schal drausgehauen wie viel eine Million du bist so entspannt neil als ob ja ich mach das doch die runde mit oder das gehst du jetzt auf ich mach nach vorne ich geh aber nach vorne aber diesmal will ich wieder weg doch nehmen weil bomb king gar nicht alter ja das dürfen sie jetzt machen außer irgendein Huch und so kurz um die Ecke und nimmt den alter ich will den Teufel haben limitiert es sieht richtig fett aus vor allem wirkt auch übel sind bizeps alter schwabel bizeps schwabel bizeps wir sind eine aufnahmestelle mit der auf weg deine mama auf ja ich habe aber so sehr die falsche taste boah 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 diese warte schlagen schon wieder die warte schlange also wenn ich dann reintritt ist es mir relativ sexy alter komm jetzt komm hallo da braucht jemand zu sagen ich sagst du irgendwie tausendmal ja denkt eigentlich war nur spaß wenn ich das jemals gezählt hätte wenn es locker um die tausendmal ich weiß dass du gerade für eine rechnung aufgestellt mit der jetzt noch zum alkoholik glaube ich es nicht ich bin nicht mal bei österreich ernsthaft das ist jetzt eigentlich gerade aufgefallen ich muss mal scheißen gehen jetzt ist er im gegner team ich glaube ich lerne ein paar halas wieder aufmachen und da kann ich mit dir mal wieder spielen ich brauche und das ist ja was manu und sie ist dringend die mädchen sie ist dringend kundin bohr ich muss mir daran nach der hundermann zum weg machen du solltest abdeck machen Ja, du könntest da sogar mehr Schaden machen mit dem Deck, wo du sie dann hast. Ja geiiiil. Ehm, eh nur Wichter. Wunder noch. So knuffelt der Mann. Jetzt machen wir ja Paladins. Aufnehmen. Schwierstand. Fäden. Machen eh nur noch die Aufnahme. Außer man hat Bock danach mit mir noch eine Runde Worms zu spielen. Wir beide. Oh Gott, du bist so süß. Hey, warte ab. Oh. Oh. Oh Gott. Entschuldigung. Zum Glück. Oh Gott, das ist ein böse Junge. Böse Junge. Oh Gott. Aus Nein nicht nachladen Junge Gott Ich gebe hier Da habe ich Mist drauf Ich habe von meinen nicht Ja wir haben nicht gedacht dass ich anders hier Lüte macht gar nichts Danke Bubi scheiße fange für das springen oder wenn die Gegner nicht hin Wir sind alle nicht mehr ganz so wie früher, aber ich finde jetzt Victor ist sogar jetzt noch geiler. Ich kann sogar mittlerweile mit ihm sogar noch besser umgehen. Stimmt schon, naja, Tyra habe ich auch noch nicht ausprobiert. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Magic Spiegel. Boom. kann man sich jemand heilen? ok, da muss man shit heilig nein oh mann die dummen Forzen, alter martin ich habe sieben ich habe sieben Oh, ich weiß nicht. Okay, okay. hmm hä mit den trolle äh den trolle und Schuss geht's Nein, noch nicht mal Oh Gott! Es klingelt um die Uhr wird noch bei dir an der Tür. Hä, bei wem klingelt es nicht? Hä, bei wem klingelt es dann? Bei mir hat es nicht geklingelt. Junge! Mano, hat es bei dir geklingelt? Hä, ich habe gerade so viele Dinger an der Tür gehört. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht, weil wem klingelt sich von mir dann anbiss an. Dabei hat es nicht geklingelt. Hey, wenn ich jetzt nicht drauf bin, dann haue ich. Also wir waren, wir sind beide nicht parallel. Okay, ich bin drauf. Ja. Naja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Guck mal, wann haben wir es gehört. Beide sogar. Ja. Hm, selbst wenn bockt mich auch nicht. Ich mache eh nicht die Tür auf. Warum sollte ich keinen ganzen Neuigkeiten auch draußen irgendwo verwecken? Ich bin zu faul, um aufzustehen. Oh, Junge. Ich soll lieber mal pennen hier. Ja, alles Sposten. Was warst du? Ich habe jetzt paar Stufen aufstehen. Du hast ja eine Stufe 2 erreicht. Aha. Okay. Ähm. Quests. Nein. Ähm. Shop. Warte mal. Ich muss mal irgendwas drücken. So, Leute. Und das war mal wieder ein Part von Let's Play Tucker Paladins. Hoffentlich hat euch der Part irgendwie gefallen und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Okay. Also, bis her, Leute. Ich glaube, die Meilen passen vorne nicht. Ich glaube, die Meilen passen vorne nicht.